Herzlich Willkommen zu diesem Video über FileMaker Pro 17. Mein Name ist Carsten Risseu und in diesem Video geht es um die Unterschiede zwischen Pro und Advanced, allerdings nicht in zwei verschiedenen Versionen, wie es bis und mit der Version 16 der Fall war. Es gab ja verschiedene Programme, die man kaufen konnte, sondern in der Version 17 wurden beide zusammengefügt. Es lassen sich aber die Advanced-Funktionen, also die erweiterte Funktionen, ein- oder ausschalten. Wie das geht, schauen wir diesem Video an. Ich habe jetzt FileMaker Pro Advanced aufgestartet und finde hier im Menüpunkt FileMaker Pro Advanced die Voreinstellungen. Bei den Voreinstellungen unter Allgemein finde ich ganz unten im Menüpunkt Anwendung die Option Erweiterte Werkzeuge verwenden. Also diese erweiterten Werkzeuge sind die Entwickler-Werkzeuge, die bis anhin in FileMaker Pro Advanced allein sichtbar waren und nicht zur Verfügung standen in FileMaker Pro. Jetzt kann man das ein- und ausschalten hier. Das heißt, wenn man einen Anwender hat, der mit den Programmiertools eigentlich nichts anstellen sollte, dann kann man das hier einfach deaktivieren. Dann wird er auch nicht von den Informationen belästigt. Ansonsten kann man, wenn man Entwickler ist, einfach diese Option aktivieren oder aktiviert lassen und man hat dann sofort verschiedene Sachen zur Verfügung. Ich habe hier jetzt eine neue FileMaker Datei und was für die FileMaker Pro Advanced wichtig ist, das ist das Dropdown-Menü Werkzeuge, worin der Script Debugger ist. Ich die Debugging-Steuerelemente nochmal auswählen kann. Ein extra Fenster für die Datenanzeige. Ich kann hier auch angepasste Menüs verwalten. Ich kann ein Datenbank Design Report erzeugen, womit ich beispielsweise die Struktur prüfen kann und ich habe verschiedene Entwicklungswerkzeuge, womit ich dann die Datei bearbeiten kann, unter anderem auch noch Runtime-Versionen erstellen kann. Also diese Reihe an Werkzeuge, die kann man jetzt aktivieren über FileMaker Pro Advanced, Voreinstellungen unter Erweiterte Werkzeuge verwenden. Im nächsten Video geht es dann über ein paar weitere FileMaker Pro 17 Neuerungen, die es sich lohnt, einfach in Detail anzuschauen, weil sie den Arbeitsalltag stark vereinfachen. EINHEREN